Eine israelische Tanzgruppe ist derzeit zum Austauschbesuch im Freiburger Theater. Die jungen Tänzer sind heute von Bürgermeister Ulrich von Kirchbach im Rathaus empfangen worden. Die Freundschaft der Tanzgruppen aus Jerusalem und Freiburg besteht seit 2013. In der israelischen Hauptstadt haben sie bereits zusammen ein Stück aufgeführt. Nun zeigen sie am Freitag und Samstag in Freiburg den Tanzabend Geister schütteln. Das Austauschprojekt soll bis ins kommende Jahr weitergeführt werden.